Ach nö, also ohne Sonne kann ich schon ganz gut leben. Crash, Crash. Das war so ein Verfolgerding, oder? Müsste eigentlich. Ja. Das ist immer ein bisschen problematisch mit der Kamera. Ja, direkt schon mal schön reingelaufen. Ich weiß nicht, ich habe eine Musik. Im Spiel fehlt es eindeutig an Rums. Eindeutig. 1,19. Vielen Dank. Dann kann ich mich daran schon mal ein bisschen orientieren. Ich laufe da auch in jede Scheiße rein, ne? Schon wieder. Im Allgemeinen hat es die Musik, der in Sanctuary 2 nicht als Original rankommt. Ja, also, ich würde sagen, in 95, wenn nicht 97% der Fällen ist das so. Also, ich müsste jetzt überlegen, wo wirklich die Musik besser ist. Ja, werden wir vielleicht noch im Laufe des Spiels bemerken. Ich bin mal gespannt, ob im neuen Teil auch so Orwurm, die da mit dabei sind. Wer hat hier eigentlich gemacht, die Musik? War da nicht irgendwas? Was habe ich denn da letztens gehört? Wer hat hier das gesagt? Ähm, dass er gesagt hätte, wenn er gefragt werden würde, würde er das machen, aber er wurde anscheinend nicht gefragt. Was ja heißen würde, dass die Musik vielleicht nicht so geil ist. 1,19, oh, ich habe die ganze Zeit 1,17 im Kopf gehabt. Gott sei Dank. Ich finde, irgendwie, das Design von Crash sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ähm. Aber ich sage mal so, da kann man sich ganz gut dran gewöhnen, eigentlich. Also, das ist jetzt nicht Walter Mair. Oder Walter Mair. Kenn ich nicht. Was hat er denn noch so gemacht? Gibt es da irgendwas? Oh, ein Österreicher. Das kann ja nur was Gutes heißen. Nee. Entschuldigung. Das war ein bisschen... Ich habe gerade überlegt, wer war denn noch Österreicher? Hm, äh. 1,8. Ah. Ah. Oh, links, rechts, links, rechts, ich glaube rechts. Nein, links. Anleggt mich doch, ihr Penner. Da. Da. Der Crash ist so bulky. Crash viel gefällt mir bis jetzt leider nicht so. Wie... Ich finde, Coco hat sich eigentlich irgendwie so am wenigsten verändert. Ja. Falco, Mozart. Gut. Gut, dass du noch ein paar gute Beispiele genannt hast. Nein. Nein. Dennis und ich, wir haben jetzt übrigens mal die neuen Star Wars Filme geguckt. Also noch nicht alle, der neunte fehlt noch. Den siebten hatte ich damals im Kino geguckt, den kannte ich schon. Der war ganz okay. Der achte war... Ja... Jetzt bin ich mal auf neunte gespannt. Oh, war doch richtig... Wow, da hat sich das Warten richtig gelohnt. Ah, passt schon. Da bin ich etwas in der Luft rum geglitten. Oh, das war gut. Das war nicht so gut. GTA 4 gemacht. Ich bin jetzt gerade am überlegen, was es in GTA 4 für Musik gab, die nicht irgendwie richtige Chartmusik ist. Ach, Mann. Achso, ich hab... gut. Dark Knight hat mich nicht geguckt. Ich bin nicht so der Batman-Film... äh, ich, ja, ich vor allem. Ich bin nicht so der Batman-Gucker und Spieler. Ist nicht so meins. Ich mag dann lieber Spider-Man. Ich bin ganz sicher, weil ihr euch nicht so dementsprechend fehlt. Oh, Vice City hat die beste Musik aller... aller... Vice City war richtig gut. San Andreas habe ich noch nicht so viel gespielt. Okay, ich hab mir das Zwar für die Pläse 4 geholt. Bei City hab ich damals auf der Pläse 2 gezockt. Das soll jetzt hier ein bisschen... bisschen blöde. Ein bisschen konzentrieren, ja. Ah, 4 Sekunden, what the... Ah, ist jetzt auch egal. Da war bei mehreren GTAs dabei, aber alle nur Additional Music und Uncredited oder Asphalt und Mayer. Wie heißt der? Mayer oder Mayer? Mayer eher, ne? Wenn er... Österreicher ist. Hey, das wird ja... mein Bier ist alles... Find ich nicht gut. Ist doch keiner da, der mir was Neues holen kann. Das ist gut, wenn ich den scheiße kaputt schieße. Es gibt bei uns auch, ich wollte gerade sagen, Kaff, aber das ist schon eine größere Stadt. Das heißt Montabaur. Das sagt aber auch jeder Montabaur dazu. Oh nein. So! 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 Sind wir eigentlich schon mal nach unten gekommen? Ne, ne? Das ist ganz schön traurig. Ja, sehr gerne. Ja, stimmt. Super sind. Ich habe auch mittlerweile schon leicht schwitzige Hände. Um das mal anzumerken. Ich hole mir mal ein neues Bier. Einen Moment. So. Ich habe noch so ein Witz. Ja, Problem ist, ich habe da in der Hinsicht eine extrem lange Leitung und ich kann meistens so Wortwitze nicht direkt von mir aus rausbringen. Oh. Das schmeckt doch sehr anders als das andere. Egal. So, weiter geht's. Hallo, Domi. Ja, ist schon ein bisschen länger her, das letzte Mal. Also allgemein alles streamen und, äh, hochladen. Bäh. 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 Was? 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 Was habe ich gesagt? Ich gebe mein Bestes. Also ich versuch's. Bitteschön. Geht's jetzt wieder mit Ventilator? Oh Gott, verdammte Scheiße, ey. Ich hasse diese Viecher. Weck mir die Viecher! Oh Gott, verdammte Scheiße, ey. Wenn ich den mit Absicht gemacht hätte, der wäre echt gut gewesen, mit langer Leitung jetzt, ne? Oh Gott! Aber es war halt nicht absichtlich und das macht es sehr traurig. Sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Ja, Geruch wird nicht so geil sein. So Abwasser. Ich habe auf meiner Laufrunde, jetzt muss ich immer an einem Dixi-Klo dabei. Das wird auch von Tag zu Tag immer schlimmer. Das war aber unfair. So, so weit waren wir, glaube ich, noch nicht. Schön überall hängen bleiben. Wundervoll. Die nehmen wir natürlich mit. Ja. Ich möchte jetzt ungern sterben. Ich bin so froh, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Du willst nicht, dass die Ille abkühlt. Ich will nicht, dass sie einen Stromschlag abbekommt. Ich weiß halt einfach, dass mein Leben durch irgendwas Stromiges kommen wird. Das war's. Ich habe das. Ich habe das. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020